Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Day & Swing Training Sektion der Formationstäter am Montag, dem 10. März 2014 und wir schauen heute auf Euro-Dollar, denn es wird sehr interessant, wir haben miteinander zuletzt besprochen, dass wir hier in einem aufsteigenden Dreieck sich befinden, dieses aufsteigende Dreiecks bunnisch aufgelöst worden, aber wir haben noch eine trendbegrenzende Linie, die ist valide seit 2012, hier Widerstand, 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 da arbeiten wir uns ab. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Möglichkeit 1, dass man sagt, oberhalb der 1,39,20, also noch oberhalb dieses Shuttle, geht man in den Markt, weiß, dass 1,40 ein größerer Widerstand ist, lässt sein Stop-Loss hier weiter unten, gibt dem Markt Luft, dass er auch nochmal zurückkommt und dann sich mit der 1,40 abarbeitet und wenn es dann dann drüber geht, dann kann der Markt durchaus 1000 Pips machen, dann kann der durchaus in Richtung 1,50 laufen oder man sagt, in dieser Markt quasi will ich nicht dabei sein, sondern ich möchte, dass das gebrochen ist und wenn das gebrochen ist, dann gehe ich in den Markt und lasse das aus. Eine dritte Möglichkeit ist, dass man sagt, okay, ich eröffne hier eine erste kleine Position, dann habe ich einen Fuß in der Tür, ich habe einen Stop-Loss drin, was mir nicht so viel weh tut, wenn ich ausgestoppt werde und wenn er hier auch durch diese signifikante 1,40 drüber geht, dann packe ich meine zweite Position rein und dann habe ich auch Potenzial, die zweite Bewegung zu traden. Das Entscheidende ist aber, man darf sich hier nicht auf Euro-Dollar fixieren, denn wir haben auch zum Beispiel beim Euro gegenüber dem britischen Fund, zeige ich Ihnen ebenfalls, eine sehr sehr große Formation, diese große bullische Kalt-Formation, die bullisch aufgelöst worden ist und auch da hatten wir gesagt, lass ihn mal machen, wir wollen gucken, wie er sich hier an dieser horizontalen Widerstandsmarke 83,40 abarbeiten wird, was ehemals Unterstützung, da Widerstand war. Wir sagen ja immer wieder, so große Trend-Umkehr-Formationen arbeiten sich nicht selten an einer horizontalen Widerstandsmarke ab und wenn die gebrochen worden ist, dann kommt richtig Dynamik rein. Das andere, was ich Ihnen zeigen möchte, was vielleicht noch interessanter ist, ist der Kiwi gegenüber dem britischen Fund, da haben wir den. Und zwar haben wir hier eine große bärische Kalt-Formation, die über den Tag gerade bärisch aufgelöst wird. Auch hier kann man sagen, ja, jetzt gehe ich in den Markt rein und trade das, nur muss man dazu sagen, wir haben auf dem Weg die 200-Tage-Linie, wir haben eine wichtige horizontale Marke, die war Widerstand, ist gebrochen, war Unterstützung und ist hier auch die untere Unterstützungszone dieser übergeordneten Seitwärts-Range. Und wenn diese horizontale Unterstützung bricht, wenn wir unterhalb der 1,95 gehen, dann hat der Markt Potenzial, wirklich 500 Pips zu laufen. Die Frage ist also, ob man sich das jetzt geben wird, durch die 200-Tage-Linie zu traden, hier durch zu traden, muss man nicht machen. Sondern vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr hier nach unten kommt und dann so einen ganz kleinen, schwachen Pullback machen, sagt man, ah ja, alles klar, sieht sehr wahrscheinlich aus und dann kann man das auf der bärischen Seite traden. Wir dürfen jetzt hier nicht, wenn wir 500 Pips traden wollen, wegen 150 Pips nervös werden und sagen, ah nee, ich will das aber unbedingt machen. Bei den Aktien möchte ich Ihnen einmal Kronis vorstellen. Kronis hat hier mit einem Ausbruchsgep, und schauen Sie sich das Volumen an, diese bullische Flagge-Information, hier ist die Stange, hier ist die Flagge bullisch aufgelöst und hat Potenzial, zumindest in Richtung 70 Euro zu laufen, übergeordnet. Wenn man sieht, was der Markt hier gemacht hat, hat er sogar durchaus Potenzial übergeordnet in Richtung der 80-Euro-Marke zu laufen. Ausbruch zurückgekommen in diese Zone, kann man wunderbar nutzen, mit dem Stop-Loss unterhalb der gleitenden Durchschnitte, um das Ganze auf der bullischen Seite zu traden. Das werden wir nicht auf unserer Trägerliste vorstellen, weil wir auf unserer Trägerliste im Moment genügend offene Positionen haben. Wir müssen natürlich auf unser Risiko- und Money-Management achten. Und unter anderem wollen wir nochmal gucken, was hier gerade unser Nordex-Trade macht. Da muss man sagen, wir haben ein Gap-Down, Abverkauf und Run-Up. Sieht stark aus, was der Markt hier macht. Unsere zweite Positionshälfte können wir ganz einfach weiterlaufen lassen und müssen hier gerade nicht aktiv werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, sind wir selbstverständlich morgen wieder da mit einer neuen Ausgabe zu den Forexes und zu den US-amerikanischen und deutschen Aktien auf Day- und Swing-Trading-Basis. Und natürlich heute Nachmittag ist Silvio für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. So war das. Und heute Abend haben wir wieder eine neue Rohstoff-Tagesausgabe für Sie. Für Ihre Aufmerksamkeit, mein Name ist Hamid Asshari alias Volke P.